hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von battlefield 4 second assault natürlich und wir spielen auf operation metro capture der flag das gab es auf bf3 garantiert nicht und wir sind mal gespannt okay die runde ist noch nicht mal so lange ja ich würde mal sagen wir spawnen direkt irgendwo aber wir spielen nicht dich rot karabiner sturmgewehr aber wir testen mann hier kommt die ak12 wollten wir ja fertig machen das geht ja eigentlich so und jetzt lassen wir hier rocken unsere flagge schnelle rein mit der jungen ja dann hoffen wir mal dass wir hier richtig na treff ich wieder gar nichts das ist ja klar übrigens zocken wollte alleine denn anscheinend ist keiner da der mir helfen könnte okay dass dieses wort ist ein campers quads und das wollen wir nicht dreckig campen und das ist ja und das ist ja und da die geist und ich lasse bewegen ah ich heiße Richtig ist ein Wendel von 2003 ich wollte wollen ich bin ich bin ja ich bin ich bin ich bin ich bin nein, kein Problem nein, der Mann, du glaubst nicht, ich nehme die Kguspe, da ist nichts ich will mich zu tun, ich weiß nicht ich weiß nicht, du bist du zu tun, du bist du zu tun das ist das, das ist ja ich tu aber dann, ich habe ihn gesetzt, ich habe nur der Kugel ihr hört ja gleich, wot the fuck mein, was ist das Franzose aber das ist nicht so... das ist nicht so... wir müssen wir eben hier Sturm schalten, Sturm, 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 haltet die Schnauze. Eure Flagge wurde fallen gelassen. Das ist ja immer was Nettes. Warten, was da Zeit geht. Können wir den Messern? Yo, wir können das. Und zack. Jo, es geht. Aber wie es geht. Unsere Flagge wurde holt. Und er bringt sie jetzt dahin. Oh ja, eins zu zwei. Unser Team erzielt ein Glück. Alter, ich geh hier einfach nur durch und zieh einfach nur drauf. Ja klar, halt von dahinten, Junge. Von dahinten ist klar. Ich schieß mal erstmal irgendwo hin und treff bestimmt der Delta. Ich geh hier nicht drauf. Ich geh hier nicht drauf. Ich geh hier nicht drauf. Ich mach das Bombe kaputt. Anstatt hier wie den Nook zu messern. Ich geh hier nicht drauf. Ich geh hier nicht drauf. Ich geh hier nicht drauf und... Wir müssen uns nach unten zurück gewinnen. Junge, steh auf. Komm, 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 komm. Oh 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 mein Gott Wenn die jetzt die Flagge Hier zu seiner Base bringen, haben wir verloren Dann war das wieder eine kurze Runde Sie haben die Flagge fallen gelassen Jetzt nur noch schnell Dahin Nein, 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 ich will nicht rauch. Oh mein Gott. Warum muss man so mit Granaten rumsprühen, ey? Und keiner von meinem Team wiederbelebt. Das ist ja noch behinderter. Ah, wir haben verloren. Vielleicht treffen wir ja... Oh mein Gott. Oh, habe ich den noch erwischt? Und ich könnte den ja wiederbeleben, aber tun wir aber nicht. Weil er hat uns ja auch nicht wiederbelebt. Ja, und somit geht eine super runde Metro Capture the Flag aus. AK-12, Servicestar und Ribbons und Rundenboost... ...12,5. Ich kann sagen, dass wenn ich alleine spiele, bin ich besser dran, als wenn ich mit irgendeinem... ...Freund manchmal spiele. Jupp, und so endet die Runde, bis zum nächsten Mal. Ja, und so endet die Runde, bis zum nächsten Mal. Ja, und so endet die Runde. Ja, und so endet die Runde. Vielen Dank.